wenn ich hier vielleicht ein bisschen gezielter springe dann sterbe ich sogar direkt geil 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 gut denn habe ich mich aus Versehen durch das oh der Himmel ist so schön die Tour hier verlaufen ne toll da wollte ich nicht lang wo komme ich hier denn runter hier so jetzt geht es weiter auf dem unteren Weg so jetzt hat ihr schon wieder den Bug dass ihr die ganze Zeit rumspringt das ist tricky so jetzt kann ich wieder auf die Kriegsbombe achten hier rumfliegen da war ein kleiner Kriegsbomber habt ihr den gesehen ich hoffe mal dass ihr den gesehen habt da hinten ist wieder das KSO ich sehe es von hier aus das Easter Egg was ich entdeckt habe in diesem Netzblick bin ich sehr stolz auf mich schon ganz schön bergig hier fällt mir gerade so auf boah wie matschig die Texturen einfach von nahen aussehen ist echt krass vom weiten sehen hier gut aus aber von nahen kannst du dir nicht mehr antun hier guck dir das an so ein Brocken ne den Steinbrocken an so groß wie der Charakter man ich frage mich wo die die rausgehauen haben wer die hier hingeschleppt hat auch von weiten siehts gut aus so so uah schack uah schack tja uah schack ist gar nicht mehr hier oder ja uah schack ist nicht mehr hier also das war knapp man bleibt das nur noch der Weg ins Orkdorf das alte Lage sieht von hier auch cool aus vor allem mit dem umgekippten Turm tja uah 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 so ganz der Weg wieder zurück hier lalalalalala da hinten ist es das Orkdorf gucken sieht man das von hier ja so ein bisschen ne ja jetzt sieht man es am besten boah lädt ganz schön weit die Möp ne ich mir das mal angucke so kann ich hier runter ach klar zack runter hier und tot genau sicher das wäre man sogar wisstern als wenn so ein Sprung nicht umbringt ey alter kann ich hier nicht ach da geht es ja noch schneller ist ja eine noch krassere Abkürzung man komm komm das überlebst du aber boah so wunderbar von hier aus geht es jetzt so weiter so hier runter alles klar hat er überlebt so da hinten sehen wir schon da siehst du es leuchten ja jetzt nicht mehr so ich muss mal mit nem Schluck trinken wie immer sauf ich nur Cola am Wochenende nur Cola Cola ja ich muss voll auf Draht sein alter Upsi Ork das guck dir den geilen Ork an man Bitsch Bitsch was ist ohr die paar Warte mal wir könnten wir müssten auch jetzt eigentlich die Orks auch nicht mehr mit Bitsch Bitsch töten wir haben doch jetzt so das Ulu Mulu Ulu Mulu wenn wir das in der Hand halten dann äh sind wir cool und die Orks akzeptieren uns wir sind denn den ihren Brows verstehst du so ein Ding da mit ein paar Zacken dran ist von Viechern die irgendwie übelst easy waren ach guck mal wer da steht Mensch oh hallo hallo so jetzt kannst du weitergehen Urschak grüßen Freund Freund haben Ulu Mulu sein gut Freund nicht vergessen tragen Ulu Mulu in Hand wenn gehen über Brücke wie geht es dir mein Freund Urschak sein gesund Urschak suchen eigenes Ulu Mulu vielleicht Urschak gehen Heimat mit eigenes Ulu Mulu Freund kommen wenn brauchen Hilfe pass auf dich auf was machst du hier so nah am Dorf Urschak beobachten Brüder in Heimat Urschak glauben Kruschak bald aufwachen Urschak hier warten und kämpfen gegen Kruschak wenn erwacht der Schläfer wird bald erwachen ich hoffe du liegst falsch bei allem was ich bisher über diesen Erzdämonen gehört habe ist er mir schlafend bedeutend lieber bei unserem letzten Treffen erzähltest du dass deine Brüder den Tempel verschlossen haben Brüder von Urschak haben verschlossen Tempel in Erde sehr gut Freund nicht können gehen hinein Freund müssen benutzen Zauber von Brüdern die seien Söhne von Geist wie Urschak wo finde ich diesen Zauber müssen gehen in Höhle von Brüdern die seien Söhne von Geist wie Urschak aber Freunde müssen aufpassen wenn benutzen Zauber Brüder von Urschak nicht mögen Ulu Mulu nicht helfen wenn Freund benutzen Zauber Freund müssen nehmen Figur von großer Säule Figur öffnen Tor zu Tempelhalle ähm okay ähm guck mal doch mal was ob da ein Schuh draus wird bei dem was wir hier gleich machen wahrscheinlich nicht oh nimm doch mal in der Hand hier den den Ding hier du den Ding hier oh das funktioniert was soll ich das jetzt wegstellen gut dann lass mich leben das ist aber jetzt nicht so gesprächig alter bleib mal ganz ruhig hier wenn du auf den Zuge job kommst du bist 10 Meter größer als ich krieg schon ein bisschen Angst geil party trommel mal ordentlich hier guck ne der Twister alter so reden können wir mit den allen hier nicht keine Sprache von uns schade öffnen wir doch mal das Tor ne das mögen die jedenfalls nicht ne rock okay rock heißt auf jeden Fall Waffe achso da ist ja die Binde die werden mich da jetzt nicht angreifen alter bist du hier so rumjoggen alter hier ist noch mehr Party wo ist erstmal was stehst du hier so drauf steh mal weiter rock rock erst mal in Ruhe umgucken hier wir wollen ja nicht gleich einen Fehler begehen okay der Clankrieger kommt anscheinend immer auf einen zu gejoggt das ist gut zu wissen der wird auf den Tacho nehmen und das Ding da oben runter nehmen ne wenn ich das richtig verstanden ne wird Spaß was wie wo zurück da hinten müssen wir rein denke ich mir kann mir Licht hier wieder ausmachen am PC na gut doch nicht das ist ganz schön dunkel Lass uns doch mal lieber an hier Lass uns doch mal lieber an hier Lass uns doch mal lieber an hier ach so hier ist noch mehr ich spreche ja vorher noch noch nichts ich Das gibt alles grünes Licht hier. Wir haben eine Menge Items gefunden, die sehr wertvoll sind. Zumindest eine Menge Tränke und Heilkräuter. Das deutet auf Gothicische Action. So, tack, hallo. So, wo führt denn jetzt der Weg da drüben hin? Das frage ich mich. Mann, da hast du so ein Ulu-Mulu, da kannst du hier rumtanzen, wie du willst. Das interessiert die nicht. Ich kann sie in ihre Truner plündern. Ach, ist uns scheißegal. Heilige Scheiße, Mann. Hier will ich mich mal draufsetzen. Kann ich mich hier nicht draufsetzen? Du kannst hier auf jeden Standbeck, auch auf jeden Gegenstandbeck draufsetzen. Nur hier nicht, wo er wird. Das, was am besten aussieht, geht wieder nicht. Oh, Junge. Ja. Waffen finden wir hier auch gut. Das kann nur auf Action hinweisen. Wir haben komische Pixel finden wir auch. Hier sind Schalter. Wozu sind die? Jo, Gefängnis haben die hier auch. Alles klar. Aber umbringen wird mich jetzt hier nichts, wenn ich hier reingehe, oder? Hallo. Die Waffe möchte ich haben. So, was haben wir jetzt überhaupt für Waffen? Aufsusten können wir jetzt natürlich keine Waffe, weil wegen Ulu-Mulu tragen. Sonst werden die gleich alle aggressiv. Was nicht... Hä? Mann, das Ding sieht so geil aus. Das ist so scheiße, ey. Mann, der Clankrieger afft uns hinterher, ey. Ach so, jetzt sind wir hier. Alles klar. Jetzt sind wir bei dem Gitter. Okay. Warum ging die andere Seite jetzt nicht auf? Verstehe ich nicht. Haben wir das falsch gemacht? Oder... Das ist eine gute Frage, wa? Wie dem auch sei, es wird jetzt hier erstmal eine kurze Aufnahmepause geben. Mitten in dem Gefüge der Orks. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschau.